Moin und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Speakerphone der Marke MaxHub. MaxHub bietet mit dem BM35 ein schon sehr außergewöhnliches Speakerphone. Nicht nur, dass es sehr edel aussieht und sich sehr edel anfühlt, sondern auch die Technik ist spannend, die hier verbaut ist. Auf jeder Seite befinden sich zwei Mikrofone, in Summe also acht Mikrofone, die den Raum um 360 Grad komplett erfassen. Dabei spielt es keine große Rolle, wie nah oder fern die einzelnen Personen sich zum Gerät befinden. Nämlich das kann das Gerät ausgleichen durch Anheben oder Absenken der Lautstärke. Auf der Gegenseite kommt also immer ein gleichwertiges, hochwertiges Signal an. Das ist eine praktische Geschichte. Für die Wiedergabe sind hier zwei Lautsprecher eingebaut, einer speziell dann auch für den Bassbereich. Und so kommen wir auf eine Frequenz von 80 bis zu 18.000 Hertz. Das ist mehr, als die menschliche Sprache kann und damit ideal auch für die Medienwiedergabe geeignet. Wobei zwei dieser Geräte können über eine Bluetooth Bridge, eine sogenannte Daisy Chain, miteinander verbunden werden. Dann steigt die Teilnehmerzahl im Raum auf bis zu 20, beziehungsweise die Medienwiedergabe kann sogar in hochwertigem Stereo entsprechend erfolgen. Bei der Aufnahme der Sprache wird Lärm durch die integrierte künstliche Intelligenz rausgefiltert und somit überträgt sich ein wirklich sehr, sehr sauberes Signal, was wir dann auch gleich nochmal ausprobieren werden. Hinzu kommt natürlich der klassische Echo Filter, sonst hätten wir ja den Ton des Mikrofons gleich wieder aufgezeichnet. Das wollen wir natürlich nicht. Das funktioniert hier exzellent. Das Gerät kommt dann mit einem Bluetooth Dongle, einem USB Kabel und hat übrigens auch eine NFC Funktion. Das heißt Handy draufhalten für NFC fähige Geräte und die Verbindung wird hier entsprechend aufgebaut. Ein wichtiger Hinweis noch, der verbaute Akku hält bis zu 15 Stunden. Damit kommt man schon mal über ein längeres Meeting hinweg. Jetzt geht es zum Soundtest. So, nun der Soundtest mit Lärm. Wir haben hier 70 dB im Raum. Der Fernseher simuliert Lärm. Das Speakerphone steht vor mir. Meine Sprache sollte nun von den acht Mikrofonen einwandfrei vom Lärm getrennt werden. Und man sollte mich auch gut verstehen. Kurze Zusatzung. MagSup hat hier einen guten Wurf gelandet. Acht Mikrofone, Daisy Chain, zwei Lautsprecher. Alles in diesem kompakten Gerät. Das ist toll. Kleiner Tipp noch. Die Update Software brauchen Sie nicht. Das läuft auch so einwandfrei. Insofern danke an MagSup, dass ich das testen durfte. Ge voulez constern werden Sie keine Feier. Ge ethics haben Sie mal einwandfrei. Ge Ray Wir entwickeln Sie authorized Wir entwickeln Sie mir doch die Idee. Ja, dass wir es nicht nötet wird, Vielen Dank.